um ja und das ist das selbe also ich muss zum Beispiel mit 3 Stichmann wenn wir in den ersten Raum nicht kommt das kann ich jetzt nicht machen ein erster Sektor weiterkommen doch das war schon was es macht wir können in den ersten Sektor jetzt ganz auslaut und gleich wir kommen da noch nicht rein wir kommen da noch nicht rein wir sind ins Haken dann und wir vortieren der Zug irgendwo ein wo kommt der Assa? da irgendwo? da ist irgendwo ein Shuttle ja genau davon kommt der Assa da oder? da unten ja ja aber der hätte es übrigens auch ein Blitz ja ich glaube schon mal ich kann 3 Stockwerke aber wir kommen da noch drüber oder auch sind beide die lassen? kommen beide übers das ist einer heikt schon und der andere wurde jetzt gerade drüber ja das habe ich bedienen wahrscheinlich die Schatten ok also einer ist tot der andere heikt ich glaube der ist schon fertig oder ja und er hat gehofft da kann man nämlich die Schatten nicht mehr zusammen machen aber er ist nicht reinkommen dann muss ich da gleich schon mal die Flaschein zuschreißen und die sind ja irgendwie da oben ist er der ist wahrscheinlich da drin was du gehört um Gott weißt ah ja aufpassen vor denen ich vor erlöscht habe wenn man da auch schon ist explodiert ja dann sieht man ja dass es mir nicht passiert da sieht es nämlich ziemlich lang nix ok das sind die Flaschein können wir das die anderen zwei auch machen? nein sind wir jetzt schon in District 2 ne da ist war was das ist das zum hoffen was ist das? ja ja das ist das zum hoffen das müssen wir nicht kommen ja dann legen wir doch gleich mal das ist ja auch ein Mini da woanders da auch nicht her ja ja ah das darfst du auch nicht her ja das kann einmal ein Mini geben aber das durchlesen können wir auch nicht wir haben das echt geschafft ja VV was sonst? ich kann mal einen Affen oder? ich kann mal einen Affen oder? woanders Unten und Mitte. Das wollen wir jetzt gerade versiedelt haben. Ach, mach es denn, das tut mir hart. Unter mir ist was. Also ich schätze mal, dass der, äh, unten kommt. Unten war er gerade. Ja, da hat er schon. Ja, das ist, das ist unten, die er... Meist hat er sich unten entschärft. Oh, dann komme ich da nicht durch. Da sieht man das Ding. Scheiße, ich komme nicht rein. Ich muss nur sagen. Ich weiß nicht mehr, du bist gut. Okay, unten ist Secure. Also, der erste Bereich ist aber noch. Der erste Bereich ist offen. Nein, der erste, wir sind wohl im ersten Bereich, ja. Äh, werde jetzt etwas anderes ausmachen, ja. Geil, leichter dabei. Da kommen wir unten, dass das mal hier angeht. So, ja. Unten ja mal, der scharf ist nicht. Komm direkt mal, haus auf, hör. Ja. Was machst du jetzt bei mir? Hau auf. Ach, da ist er noch, der wohl schon auf die ist. Ja, schön. Aber ich bin ja schon für dich. Six. Ja, und schon sie gehen, ne. Ja. Fälle im Sicherheitssystem. Ja, danke. Ich wollte es jetzt gerade wegmachen. Gerade wollte ich es wegmachen. Und dann? Ja, und dann ist er, hat er mich getastet und natürlich, äh, unten, unten, unten. Ja. Das kann er immer wieder machen. Ja, jetzt siehst du, das ist natürlich nicht die Bombe. Da ist jetzt irgendwo an den Dingen, wo es leicht hängt, eine Bombe. Ja. Ja, du hast es gehört. Ja. Ja, das ist so eine Boxen. Was? Das ist nicht so eine rote Aufschrift, wo unten ist, sondern das ist einfach so ein, naja, eine Backe halt. Go to Trainsector. So, und schon so in den zweiten Bereich. Also, dann wird es aber auch ganz woanders gespawnt. Dann wird es da oben schon? Ja. Bin ich jetzt schon da oben gespawnt? Schaut aus, als wäre es um, ja. Achso, ok. Also, vor die Treppen lege ich ab, den Spy Tracker hin. Ja, ich mach um, wenn sie das erste Ding hatten. Kommt er schon mal mal ein her. Ich mach unten noch meine... Verdammt! Was? Ich hab mich selbst nicht drauf gehabt, weil... Nicht die Mie gewollt, sondern die... Ja, meinte. Ja. So, und das andere nimmt es da drück. Ich lieg ja da herum, der hat mir noch nicht helfen. Kann ich dir am Boden eigentlich klicken? Nein. Hm, hm. Und den nicht, aber... Boden auch kannst du mal... Laser Mie... Und wenn ich hier rum... Aua. Ah, mach mal ein Laser Mie. Spy Tracker Activated. Oben ist einer, glaube ich. Das war super. Die oberre-rechte, schau mal. Da ist er schon. Na schau. Nein, da ist noch. Da hab ich noch eine. Ah, der ist wahrscheinlich durch, weil hier... Gelegt. Lustig ist er in dem Bereich... Ach, da haut einer. Das hier unten ist nicht. Oben wahrscheinlich. Das kann natürlich auch die Tür so da. Ist aber nicht. Also wahrscheinlich oben. Irgendwo oben. Das Ofer. Da ist aber einer in Spy Tracker durch. Kein von hier. Da ist er unten aus. Komm mal. Und dann steh ich. Halt ne, der ist oben. Da steigt einer noch oben, umeinander. Oben am Gang. Ich hab' meinen Minen in den Kippen. Den hab' ich jetzt gleich. Vielleicht steck die bei ihm steh' ich. Ja, wo war er noch? Ja, oben am Gang halt. Wie ich gesagt hatte. Das gibt es auch. Das hast du nicht. Das wird sich auch noch gut. Oh, er ist unten. Ja, ja, unten ist doch. Und da drin sind bloß die drei Ziele. Und da wollen wir eins schaffen. Ja, mit einem schaffen, ja. Dann machen wir eine Änderung. Gut, den hat er noch nicht. Also einer, wenn ein Affe geht, dann ist er tot. Soll ich immer noch eine. Schau'st du da schon wieder auf was? Ja, ich genau. Also. Der ist doch, gib mir das, wenn du den jetzt. Ja, passt. Was denn? Passt weg. Hat die Stadtkampf getätetet. Und der ist nicht getätetet. Da unten, glaub' ich, ist einer. Zielt einer irgendwie umeinander. Was bist du? Warum bist der hier unten? Ja. Ich sag' mal, Oma oder mal? Ich sag' mal, Oma oder mal? Ich sag' mal, Oma mal sehen sollten. Ich weiß'n meinen, was ich nicht. Ich würd' eine Quatschung nehmen. Ich sag' mal, Oma mal sehen sollten. Ich weiß'n meinen, was ich nicht. Ich würd eine Quatschung nehmen. Ich finde, verfolgen alles guter. Wie? Ja? Vor allem, 어� 100 Sachen wollen halt aber die nächste Sache schon bevor ich die erste beantwortet habe, das mache ich nicht. Ja, was? Da kann ich nicht drehen. Spiel und Verfolge ist das, wenn es durchregnet, dann hast du so ein Radar. Ach so, und wann wird dieser? Das ist bloß, wenn die Wand nicht zu nah, die gegenüberliegende Wand zu nah weg ist, steht aber auch dort. Was, wenn die gegenüberliegende Wand zu weit weg ist? Ja, das ist halt bei Laserstrahlen, das ist halt bei einer Laserschranke bloß. Ach so. Bloß das halt mehr bringen, bei einer Laserschranke. Und das so platzieren kannst du. Unten war jetzt gar dran, aber irgendwie... Gut, der ne. Ich komme jetzt auf hier, irgendwo, irgendwo auf den Snipen. Stell mir jetzt einfach auf die Treppen hin. Der auf der Treppen ist aber eine Mine, also direkt auf die Treppen. Der eine ist gerade unter mir, der würde schon nicht so untergehen sein. Ja, ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Die Cat-Trainets, das ist auch nicht zu sehen. Ja. Die sind dann zwei Cat-Caten. Ja, Leute, meine Giftmine drohen! Passt dann schon? Ja. Das ist wieder unten. Ja, ich habe jetzt einigermaßen was gut geführt. Das Ding ist da hinten. Ja. 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 Du hast die Holzkisten durchsicht, halt den mit der Elektrosicht. Was will ich jetzt davon auskommen? Mit der roten? Das ist die Elektrosicht oder? Nein, nein, die rote ist die Vorgangssicht. Also. Soll ich mir selten mal nochmal ein bisschen sicherer machen. Von so Unsichererung. Ich stelle dir echt vor Ausgang. Vor deren Ausgang. Wie viel vor deren? Ja. Wie viel vor deren? Der rumschreibt, alles klar. Mal wieder in Position. 0%, 0%, da war auch ein 0%. Ja, weil den ja mal den ja gemacht haben. Huah! Äh, unten ist einer, in der... Huah! ...gangedimmt. Und unten versagt wieder einer, dass er bei dir reingekommt, der ist schon wieder klar. Ja, ich bin schon auf den Weg. Ich bin schon auf den Weg. Wir wollen wieder, wie der bloß... Ich will nicht ziehen. Ja, halt! Ich bin ja nicht direkt mit dem Stand, weil ich... Dings, der Börse kann nicht, äh, der Chart hat nicht gereicht. Oh, das ist ja schon fast gehabt. Ey, der bloß mal an einer Mini vorbei wären, oder? Das Problem ist, dass das jetzt auch noch doch ist, oder? Nein, das geht schon wieder zu. Oder? Nein, glaub ich nicht. Nein. Komischerweise. Ich hab jetzt einfach mal da Steine. Wer soll ich da noch was hinlegen? Ich hab noch eine Mini. Bist du? Ja. Nein, ich hab auch noch was, aber der Schessschild auch noch nicht. Aua, hab mir auch. Das ist beide. Das ist auch noch nicht. Ich hab noch mal gesehen. Ne, das ist ja auch schon nicht unten. Aber ich bin ja noch einfach mit dem Tenden da. Ja, der hat gebackt, aber das siehst du dir nicht, denn wenn du ihn nicht gebackt hast, dann kannst du da eigentlich schon drauf holzen, wer ist da? Weiß nicht, wurde er gebackt? Ey, auch die ist. Aber das kommt erst nach Arbeit rein. Heute gesagt, ja. Mann, der kann mir entkommen, ja. Ah, rechts. Das sind alle zwei unten gegenüber vom Eck, wo die Tür ist. Also, auf der anderen Seite drin. Genau, da hinten sind es genau alle zwei gestanden. Was finde ich gut, dann nehme ich wenigstens wieder von mir. Oh, der ist direkt unter mir. Ah, der steht wieder in der Tatten. Wo? Oh, der hat ja gefangen, ja. Siehst du an? Ja. Von dem Bildschirm. Äh, ich schlapp da hinten. Pass rein, ich muss gucken, ja. Das ist geil! Ich hab ihn geschlagen, gleichzeitig hat er mich geteilt. Oh, der ist so süß. Boah, einer ist oben. Ja, den wirst du wohl hier. Dann geh ich so eine Dings und du machst andere Dings. Die kriegt der Wein an. Ich weiß nicht, bin er knapp. Zu spät. Zu spät! So, jetzt wird der gerade schlumpf. Ah, ja. Lass mal ziehen wir an, sonst muss ich essen. Seh, gell? Schauen Sie mal, wo wir rein machen. Das ist ein Schüttenfleisch. Nom 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 nom. Ah, jetzt machen wir mal wieder zu. Spüren wir mal wieder Factory. Ja, spüren wir mal. Factory. Kennt ihr mich zwar nicht aus als Spion? Nein. Nein, da ich nicht wirklich. Vor allem, die werden wir mal wirklich schon abgespielt. Und trotzdem gibt's den ja nicht aus. Das ist die. Was, was du nicht so richtig gezeigt hast? Ja, die Dings, die habe ich dir jedenfalls gezeigt. Was? Die Dings, die habe ich dir jedenfalls gezeigt. Die Dings, die habe ich dir jedenfalls gezeigt. Ja, die Dings, die habe ich dir jedenfalls gezeigt. Ja, die Dings, die zwei Stück muss ich noch. Das eine ist in der Main Hall. Das andere ist da beim Bagger. Und das dritte? Main Hall, Bagger. Und ähm, Bagger und Bagger. Bagger sind da zwei, da haben wir auch gemacht. Und, Bagger und Bagger. Was grinst du so? Ich bin, dass du verloren hast. Ja, die Dings sind, den wir uns zweit machen. Nochmal. Ja, die Dings, den wir uns zweit machen können. Mach' so, kommst du her. Ich? Ja, ich habe gesagt, ja, dann habe du gesagt, äh, wenn ihr mich schon hart kommst, ruhig drauf scheißen. Ich habe da noch ein bisschen gezögert. Ich wollte ihm nichts anzeigen. Ja, ich... Ich bin so einer der Granaten nicht geschmissen. Vielleicht bin ich bewusst, dass er nicht stirbt. Weil die, die sterbe Wahrscheinlichkeit sind nicht gut. Ja. Aber, wenn wir... Dann mache ich bloß nochmal einen selben Knopf drücken. Fürs andere, ich mache nochmal einen anderen drücken. Ist ja wohl auch nicht. Oh, Zeug. Hm? Was ist dir das noch gezeigt? Die Dings, bitte. Die Dings, bitte. Haben wir noch so einen Dingswechsel dabei? Ja, mal sehe ich das dann. Oh, und weißt du, mit mir mitgehst, weil ich dich brauche, wenn ich jetzt sie machen wollte. Ach so. Ja, willst du das so machen? Ja, aber was ist der Stefan jetzt? Du musst ja zu dem Stefan sagen. Nein. Ich mache dich nicht mit. Machen wir noch ein bisschen weiter. Baggerraum, den Eck. Ähm... Da, da ist eine kleine Erhöhung. Der Bagger schaut in die Richtung. Ja. Links hinten. Also, da muss schon fast einen Gang lang gehen. Gang wieder weiter gehen. Okay, okay. Und, ob du es den Bagger abgemacht hast, Ja. Ähm, dort rechts, wo das unteren sind. Mhm. Und im gegenüberliegenden Eck oben. Naja. Ist auch noch eins. Also, sieben sie halt. Ah, okay. Und das ist der Main-Wall. Ist der Main-Wall. Ja, ich komme nicht hin. Ich komme nicht da hin. Das Ding ist ganz gut. Einfach vier Stunden hingenähen und dann geschmeißt er noch. Das ist... Das ist... Das steht ganz gut noch bis drauf hin. Ja, der andere, der muss dann noch ein bisschen Dachrinne aufblättern. Ja. Was soll Dachrinne aufblättern? In dem Gebäude ist ein Dachrinne. Okay. Das ist was. Genau. Die Dachrinne aufblättern. Das ist alles. Der Chef hat zwar nichts kapiert. Ja. Weil ich in der ersten Nacht kam mit. Ich bin der Turbo. Der hat zwar so hundertmal gespült. Aber ich kann jetzt auch noch reinmachen. Naja, also wirklich... Weil die Chili sind, weiß ich nicht. Ach, da ist das Ding, wo ich mich in den Waggon versteckt habe. Weil er ganz rass in der Mikrofe ist. Genau. Das ist die mein Mann. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Also, das machen wir jetzt. Okay. Ja. 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 Du machst dabei die anderen Bereiche, checkt halt auch, geht halt, wo der kleine Raum ist zum Bagger, dann geht dabei noch, dann wechseln sie sich ab.